Ich bin sehr zufrieden. Wir sind jetzt beim vierten Testtag und es ist bis jetzt sehr gut gelaufen. Wer oder weniger alles probiert, es gibt natürlich noch viel zu lernen mit der Batterie und was man machen muss und einfach länger zu fahren. Aber vom Auto her, ich glaube wir wissen jetzt was man braucht um schnell zu sein und ich freue mich schon auf das erste Rennen in Beijing. Ich glaube wir werden dort eine gute Chance haben und wir werden sehen.